Hallo Leute, Willkommen zu einer Runde Black Ops 2 Live Commentary mit dem X-O-Gortex mal wieder. Hallo mein Lieben Sergeant So. Äh, ja wir zocken jetzt mal hier ne Runde Abschluss bestätigt und gucken mal, wie hat Wird. Hoffen wir nie ne ordentliche Lobby mehr findet. Na doch jetzt. Ah, endlich. Hoffen wir, dass die Gäste schon angefangen. Okay, geht. Gehrt einen 10-1. Ich glaube das müssen wir vermiesen. Läuft. Gä, tot. Triple. Gegner, fuck. Das ist ne Marke die wir hier nicht haben. Ah, ich bin bei der Läuft 55. Ja. Oh, ne Drohne geschafft Alter, weil ich dann weggemacht werde. Ja. Ich bin wenigstens noch vor Läuft 55, also vor Prestige, wenn ich nur meine MP7 auf 100 Headshots gebracht haben. Ja. Ja. Du hast tohre den, ich dann. Muss ich dir mal von hinten zu machen. Ein Headshot. auch. Nix. Oh, mal schauen. Da ist nix. Hier ist einer, der ist down. Boom, da ist einer. Kotz vor Orbi. Ein paar Marken vor. Animal. Digga, lass mir die Marke, du Hund. Vor Haborbi. Ich spiel noch safe auf Lotza. Weil ich beim ersten Mal scheiß nur hochgesprungen bin. Sehr Krott vor Lotza. Sauber, rasier die alle. Ja komm, ich will mal Lotza haben. Oh Mann. Boah, Digga. Der hat mich beinah weggemacht. Komm, assist. Der Orbi ist weg, das ist das Problem. Scheiße, ich mache gar keine Kills mehr. Ja. Ja, Plotza. Oh, Ralf raus. Und ist raus. Oh shit. Uh, der war gut. Ich sag immer die ganzen Marken. Oh. Nicht Geiern, mein Freund. Danke. Oh, da kommt noch einer. Alter. Der holt mich weg. Ja, einer hat mich weggemacht. Der kriegt's einfach nicht hin, mich zu Geiern, ne? Ja, aber ich ihn aufhalte dabei. Du ihn selber noch dabei aufhält. Haben wir auch schon mal hier was Gutes gerissen. So. Schon nämlich ein Live-Kommentary. Ja. 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 Ja, einfach nicht ansprechen. Ja, einfach nicht ansprechen. Ja, einfach nicht ansprechen. Die Runde wurde gestern, haben wir nie gespielt. Das war einfach nur ein Bug des Spiels. Ja. Da wurde so ein Replay von einem anderen Spiel angezeigt. Ja, haben wir nicht angezeigt. So, ich geh mal unten lang. Vielleicht kann ich ja noch einen reißen. Wenn ich einmal gepackt habe. Wieso nicht noch ein zweites Mal? Ich glaub die Abfucker sind alle auf... Belieft, alter. Da hab ich nur auf die Scoreboard geachtet, alter. Einer geht unten lang. Den snack ich mir. Wer macht das? Doch, gar nicht woher hinter dir. Oder auch nicht, alter. Der kämpft jetzt da. Der Hund. Wo kämpft der? Ja, unten. Direkt an der Leiter da. Ja, kämpft der. Alter. Ey, du wirst immer wegholen, egal was du machst. Digga ey, wo spawnen die denn die ganze Zeit? Erstmal spawnwechsel, dann nochmal spawnwechsel. Spawn die in dir? Ja. Ist ja einfach so. Digga ey, ich hab einfach keine Kettenweste oder wie das auch heißt hier. Kugelsichere Wester. Ich will aber auch ohne die nicht spielen, weil... Hat dein Geist das Beste. Ey, ich krieg hab gar keinen Ketten mehr. Ja. Und jetzt wieder hier. Boah, jetzt hört er mal auf den... ...das arme Ding zu geiern. Ah, halt, der eine hat nen Todesbringer. Ja? Ja. Du kriegst aber auch 100 Punkte, wenn du ihn einmal umbringst. Also 200 hat so gesagt. Ah. Mal wieder Hälfte Orbi so. Ich komm gar nicht auf Orbis Tweek, alter. Oh, Digga ey. Ich muss das eigentlich zu neun machen. Die fucken alle ab. Ja, und jetzt bin ich schon gegnerischer. Ja, gut. Einmal Orbi, einmal Lotster. Das ist ja gerissen. Ist nicht verkehrt. Ich glaub ich hab jetzt dreimal nen Headshot gemacht. Mehr nicht. Ich glaub wir kriegen jetzt einen eigenen Headshot. Ja, wir gucken uns das noch... Ja, wir gucken uns das noch... Laskelcam an. Die so richtig hässlich ist. Von Rubin. Rubin. Ja, Rubin. Ich würd ja einfach nur Robbe nicht schreiben. Okay, dann würd ich sagen bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.